Ja, Leute, wir sind wieder zurück. Ja, Alter, was ist bei euch? Wir chillen hier einfach so richtig gut im Pool. Ach, wieder ohne Kontakt? Ach, schon wieder? Ja, ich muss das. Beim nächsten mache ich das aus jetzt da. Und dann sind wir wieder. Kleiner Schnitt. Och, das geht los. Und wieso sind hier fliegende Fässer, WTF? Alter. Boah, die sind aber echt fies. Ich kann nicht fragen, wer den Map erstellt hat. Bei dem nächsten mache ich das mit dem Kontakt weg, weil ich möchte euch berühren können. Ich brauche eure Liebe. Nein. Nee, echt nicht. Boah, der kriegt nie wieder ein GTA-Rennen von mir. Oh, der Baits jetzt noch schön kriegt. Oh ja. Boah, bitte nicht drehen. Boah, wer ist denn da jetzt rausgefahren? Das war ich. Das vermisse ich so beim Baitkost. Toll, ich könnte jetzt auch einfach was hochladen. Über Playstation kann man ja einfach jetzt nicht herwarten drücken, dann finde ich das hier richtig auch auf meinen Kanal hochladen, aber euch hört man halt nicht, man muss jetzt nur nicht hören. Ja, und du weißt heute auch leider nicht, wann es stoppt so richtig. Ja, dann ist irgendwas richtig gut. Ja, dann ist das 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 richtig gut. Oder habt ihr dieses Elgato-Dienst oder wie du es heißt? Elgato. Elgato. Ah ja, das ist auch mal besser. Ich nehme über Playstation auf. Oh, ich glaube, da vorne geht es los. Alles an meinem PC. Ich ziehe dann das alles an meinem PC. Und dann, wenn 15 Minuten vorbei sind, dann starte ich immer eine neue Aufnahme. Dann kann ich das alles immer zusammenschneiden. Alter, was ist das denn? Wow, ich komme nicht mehr drauf. Zocke schon, oder? Zocke, ich komme wunderschön drauf. Ja, ja, ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben, aber wer weiß, wie lange noch? Oh, ich habe es geschafft. Das war easy. Leute, ich bin einfach der Letzte von euch. Ich bin einfach wirklich der Letzte von euch. Nein, ich habe es auch fast. Ach, verdammt, da bin ich irgendwo hängen geblieben. Ich glaube es nicht. Ich wollte mal beim Rockstar-Support anrufen und mich über die Grafik bescheiden. Nein, ich habe auch was geblieben. Die Dächer, das sind keine... Bei den Dächern, da ist keine 3D-Grafik, wenn du auf dem Dach bist. Du musst auf PS3 spielen und jetzt nachdem du auf PS3 spielst, hast du falsch gesagt. Ja, ich habe auch... Du bist Augenkrebs, wenn du auf PS3 spielst. Ja, ich habe früher auf PS4 gespielt. Da war ich, so gesagt, Level... Da war ich Level 6000, weil ich einfach gemoddet habe auf PS4. Ja, ich fand es letztens lustig. Letztens... Letztens habe ich mir von Quantum Break hier Alan Wake installiert, weil ich dachte, ja, das sah gar nicht so schlecht aus. Und wenn du es jetzt spielst, ist es echt eklig, das Spiel. Sieht echt eklig aus. Ja, früher, ne, wo die rauskamen, 2013, da war die Grafik von PS3 noch Hammer. Das konnte man sich gar nicht vorstellen, wie geil es damals war. Ich habe mich gedreht und werde überholt. Und heute besperren wir uns bei der PS4. Und dann auf PS3. Dann stellt man sich vor, was haben wir da früher gespielt? Echt? Ja, das stimmt allerdings. Schon das habe ich mich... Wo ich zum Beispiel mein Nintendo ausgepackt, da habe ich mich das gleiche auch gepackt. Wieso konnte ich das spielen? Wieso habe ich früher damals gesagt, das ist eine gute Grafik? Ja, weil es früher auch eine gute Grafik war. Eben, ja. Es gab ja nichts anderes. Verdammt gute Grafik, wo da rausgekommen ist. Also, ich könnte das gar nicht. Ich habe die PS3 bei meiner Freundin. Und ich wollte letztens zocken. Und das konnte ich genau nur fünf Minuten. Und dann echt... Ich habe Kopfschmerzen gekriegt. So schlimm. Wie schnell sich die Augen gewöhnen an etwas Besseres, Schöneres. Unglaublich. Oh, du hast eine Freundin. Ja, läuft bei mir. Nicht jeder YouTuber ist Single. Nicht jeder, der gern zockt, hat keine Freundin. Oh, come on, come on, come on, come on, Junge. Ja, los, läuft. Oh, der Easy. Junge, Easy. Ja, der ist jetzt auch nicht so schwer, der Wallride, wenn man richtig nimmt. Die Leistung von 1080p. Was ist es wohl? Die nehmt jetzt hier. Die nimmt du 720p auf, wenn du überhaupt das Bier aufnehmen musst. Ja, ich weiß. Aber ich, ich mache das ja am PC alles noch schärfer und alles. Da habe ich bei Xbox One, aber Xbox One kannst du jedenfalls aufnehmen. Nein, schon wieder da hängen geblieben. Ich glaube es nicht. Ich bin nur kurz vor dem Ende runter. Ich hoffe, ich kann ein Dings nicht in den Jackpot haben. Ich finde, Black Ops 3 ist richtig lame. Wollte ich mir zwar holen, aber lohnt sich das, Leute? Weil ihr habt ja mal Let's Played. Und wenn man Deathmatches mag, dann lohnt sich das bestimmt, aber... Ja, wenn man es auch kann. Wenn man eine Zeit lang nicht mehr spielt. Ich bin damals Black Ops 2 gespielt. Aber Ghost war richtig scheiße. Ja, online. Aber Story für mich reifend, Ghost. Ach komm, was mache ich denn jetzt gerade wieder für ein Mist, ey? Ghost war generell einfach alles scheiße. 10 Minuten. Dafür habe ich 40 Euro ausgegeben für den Scheiß bei Release. Ach, ich mache doch nur noch Mist. Also beim Release 40 Euro ist super preis. Ich fahre schon wieder kurz vor dem Ende runter. Es gibt es nicht. Du musst doch erst mal auf Rüte spielen und dann Rüte. Ah, diese Ungelöhnung ist einfach heftig. Ja, wirklich. Ja, ich schaffe einfach... Nein, ich... Boah. Ich bin schon wieder Dritter. Also heute ist echt nicht... Nein. Ja, ich bin jetzt... Ich hatte es fast... Ich war fast durch und bin runtergefallen. Vielleicht auch dreimal so hintereinander. Ja, schon wieder, Alter. Jetzt habe ich einfach mich überschraubt. Nein, 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 nein. Ach, diese Scheißdinger da oben können... Müssen die da oben sein? Wenn da die Reifen nicht wären, dann wird man nicht jedes Mal wegziehen. Wieso beschwert sich jeder? Was soll der Blödsinn? Dann nehme ich mir die Zeit... Dann nehme ich... Dann nehme ich mir die Zeit und suche einen Rennen raus. Und dann sowas. Was du als Erster beendest, gell? Ja, eh. Nein, also ich... Ey, ich will gerade da hochfahren, da kommt da so eine riesen Welle und mein Auto sauft ab. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, wie der Batsi cheatet. Was? Wieso war das? Du verlässt... Der war schön genug. Du kriegst trotzdem den Checkpoint. Ey, yo, wie er das einfach schafft, Alter. Das regt mich gerade echt ein bisschen auf. Ich bin zweimal vor dem Ende runtergefallen und konnte den Checkpoint nicht mehr nehmen, weil der so einen Millimeter in der Luft steht. Ja, ich bin zufällig noch durchgeflogen. Tocchi, wie viel Geld hast du denn gerade? Geht ja online. 200 irgendwas. Was, nur 200? Nein, 1000. 200.000 ist schon klar. Ja, ich habe auch 800.000 noch was. Ich hatte auch richtig viel. Nein! Jetzt noch 100. Nein! Ja, 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 ja! Oh mein Gott, wie er noch überholt hat. Scheiße. Du, was machst du? Zil ist so da gemütlich. Stattdruck mir einfach alles zu, wie lubisch ich bin. Das mache ich. Oh ja. Ich bin einfach dafür echt gut. Ich glaube, du kannst stehenbleiben in 10 Sekunden, da kannst du noch Kaffee trinken. Das fahren, das bin ich nix mehr. Ja, ich trink' einen Schluck Wasser. Wasser ist immer gut, Wasser ist gesund. Ja, genau. Also, ich öffne mir jetzt mein Spread. Sprite. Na, du, äh, du trinkst n Sprite? Bist du krank? Was los? Rebulle alle, oder was? Na, ich hab noch genug, aber ich hab schon zu viel trunken. Nicht so viel. Ich bin erst bei der zweiten Dose Monster. Bei mir geht's noch. Ah, du trinkst Rockstar. Also, ich liebe Rockstar. Ich find, das ist der beste Energie. Ne, Monster, nicht Rockstar. Monster trink ich. So, schade. Jetzt bist du schon wieder unten durch bei ihm. Na, kein Rockstar? Monster, ich find, die schmeckt überhaupt nicht. Also, ich mach die nicht. Monster finde ich jetzt auch nicht so pralle. So, ich hab zwar nur das langsame Motorrad wieder, aber egal. Ja, dann nehm ich auch dasselbe. Ich nehm dasselbe wie der Batsy. Dieses Crew-Moppet. Das Crew-Motorrad. Ja, das nehm ich auch. Unser Crew-Motorrad nehmen wir. Ansage Nummer 1. Meine PS4 ist so geil. Yeah, yeah, yeah. Ja, und damit herzlich willkommen. Servus beieinander bei GTA Online. Wir sind zurück. Und läuft. Ich bin erster. 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 Und immer noch Sub-MLP und Orca bei uns dabei. So langsam ist das, ist die Maschine gar nicht. Oh, fuck. Wow. Das ist ja wieder, merkt er den Weg. Ja. Aua, aua, aua. Fatima. Hier sind alle in mir rein. Wow. Der Orca wieder. Es ist ein GTA-Rennen. Merkt man doch. Ja, da bin ich immer besonders wild. Ach, da muss ich eh drüber. Hä? Nein, da ist ne Wand. Verdammt. Mein, immer bin ich weggesprengt. Immer bin ich weggesprengt einfach. Scheiße, ich bin falsch. Komm da nicht durch. Ich seh's nicht. Ich seh nur Busch. Ach, komm da eh nicht durch. Ach, man muss absteigen. Jetzt blick ich's. Bin ich richtig? Nee, glaub ich nicht mal. Wo bin ich denn? Das ist falsch. Du musst durchs richtige Tor springen, glaub ich, leicht. Oh, was? Oh, nicht dagegen fahren. Springen, Betsy. Also das mit den Merken, den Weg und so, das... Alter, wieso töten die uns, Alter? Das riecht mich grad richtig auf. Das war ich. Mann. Alter, Digga. Wer fährt denn da außen rum? Ich glitz hier, glaub ich, durch. Ich glitz nicht. Ich bin durch, das ganz rechte war's. Er läuft. Äh, nee, das ganz linke, Entschuldigung. Ja, da war ich doch auch schon. Ey, wo bin ich denn hier? Wow, wow! Da zock ich schlägt Sprengmienen. Ich glaub's ja nicht. Ja komm, beim letzten Ding warst du so extrem mit dem Ding da unterwegs. Ich will dir auch noch mehr ein Ding verbringen. Ja, 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 schau dir mal extrem, schau dir mal das an, ey. Die ganze Straße hat dazu gepflastert. Alter, das ist normal. GTA-Rennen, okay. Au, ich glaub ich bin falsch. Ja, muss dann etwas Motorrad oder ohne? Mit den, mit den Motorrad... Nein, nicht da runter. Geh, zocki. Scheiße, welches ist denn das andere Wichtige? Da, wo kein Motorrad davor liegt. Ich bin drüber. Ja. So, jetzt muss ich das nochmal machen, weil da ist blöd gewesen. Ah, komm, jetzt legst du mich hin. Auf die Waffe zu ziehen, wenn der daneben bei mir ist, ist der Wahnsinn, ey. Das ist der Sub-MLP, ist das. Der da schießt. Heißt, ich war doch da vorhin korrekt. Nein! Das ist falsch, glaub ich. Ich weiß nicht, warte mal. Ah, kacke. So, ich renne da jetzt durch. Das ist ein bisschen Cheating, aber... Hey, ich hab nur noch Busch gesehen. Ja, ich hab gerade auch ein bisschen Cheating gemacht. Ich hab nur noch Busch gesehen, das war kacke. Das sehe ich. Nein, falsch. Kann ich da durch? Ja. Cool. Ah, läuft. Ich hab ein Checkpoint gefailt. Ups, ups. Ich muss mich wieder zurück machen. Leckt mich. Leckt mich. Ganz hart. Leckt mich mal. Oh, jetzt ist das schon wieder Cheating, aber wenn ich schon durch bin... Ich hab leider gescheitert. Cheating ist nicht erlaubt. Cheating ist nicht erlaubt, ja. Doch, natürlich ist Cheating erlaubt. Nein. Aber das ist eine Verarsche. Ich sag's euch. Das war... Ich hab eh nicht gecheatet. Ich hab's korrekt gemacht. Ja, genau. Ich guck dir... Ich guck mir eh das Video an, Digga. Ich guck jedes Video von dir. Ja, mach doch. Lass doch ein Abo da. Da haben wir's doch... Na, da geht's auch nicht durch. Was ist denn los, ey? Ja, das war korrekt. So. Das war zwar nicht korrekt, aber... Ey, Leute, ihr könnt's eh überall durchfahren. Die haben das nämlich so scheiße platziert, dass man überall durchpasst. Okay, ab und zu halt nur. Nicht immer, aber ab und zu. Ich will wenigstens den dritten Platz schaffen. Ja, läuft. Ich werd erster. Weil ich so geil bin und cheaten kann. Ey, du scheiß Cheater, Mann. Ey. Aue. Wow. Aue. Jetzt bin ich durchgesprungen und bin danach gleich gegen den Baum geknallt, ey. Oh, verdammt. Wo ist das? Was suchst du gerade? Ich hab's mir anders überlegt. Ich helf mir doch. Ich helf mir doch. Ich helf mir doch. Ich helf mir doch. Nein. Ah, er geht doch nicht ohne. Scheiße, ich hänge fest. Komm schon. Fahr drüber. Geht doch. Ja, aber das trink ich. Das ist das letzte heute. Echt jetzt. Oh, der wird sich hatte. Er ist so... Diese... Oh. Wer sich selber noch einreden muss. Ah, das wird das letzte. Sicher. Ja, ich muss. Sonst hoff ich den ganzen Tag nur Kack, Red Bull. 500 Euro schon wieder. Er läuft. 500 Dollar heißt das nicht bei die Währung? So, bin auch durch. Was? Na, ich kriege ja keine Dollar. Ich kriege Euros. Warum Währung? Na klar. Du kriegst die dann gleich irgendwie so in real zugeschickt. Ja, sicher. Wenn ich Red Bull sag 600. Die hängst unten an seinem Red Bull dran. Ich werde gesponsert von Red Bull. Du glaubst, warum trinke ich so viel? Also, ob du auch gesponsert wirst. Alles klar. Ja, sicher. Sicher. Schau mal, jeder cheatet. Ich schau euch da gerade zu. Sub-Mail-Pier sagt, nee, cheaten ist scheiße. Bla, bla, bla. Aber macht selber. Verstehst? Ja, weil ich hätte Erste sein will. Sorry, all cut cheats. Jeder hätte der Erste sein können. Aber der Zocky ist es. Der Zocky ist nicht jeder. Er ist einfach Erster. Ja, ich koste jetzt hier den Hang runter, weil die Charaktere so blöd sind, um sich so festzuhalten. Der Sub-Mail-Pier läuft ja mehr zu Fuß, wie das er fährt. So wirst du nicht Erster. Na klar. Ich kann beim T20-Rennen Erster werden, wenn ich zu Fuß laufe. Klar. Ich zeige euch, wenn ich mit meinem Turbo drehe. Walker hat aber auch eine gute Maschine gewählt, muss man schon sagen. Ja, geil. Die passt ja kaum da durch irgendwo. Es sind drei verschiedene Motorräder, die ich hier gerade hatte. Ich habe gerade eins geklaut von jemandem, der gestorben ist. Ach so. Das heißt, er rennt auch schon die ganze Zeit zu Fuß, da. Ja, der hat zu keinem Motorrad. Go, oder wie du heißt, also dein Name, der auch bei der Party drin ist. Walker hat das recht. Okay. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich dich nennen darf. Ich habe einfach 3.000 bekommen, voll wenig, Alter. 3.000 bekommen 30. Ich hatte auch so eine... Nein, 6.500. Eine Million! Also du willst noch eine Million kriegst, Alter. Na klar. Ich werde gesponsert. Bis drei ging es noch. foot five links zurück. Alles Qual ist denn,